Sturm der... Oh, der Himmel weiß, wie viel größer der ist. So, haben wir hier einen Kreischweg, der hat nichts. Der hat nichts. Die sind hier einfach so weggefallen. Wir sind hier betäubt. Da ist nichts. Hier haben wir noch einen Kreischer liegen. Gut, damit wären die schon mal tot. Das heißt, wir brauchen mehr Magie mit ihm. Vince Kaffee, definitiv. Ja, die Versuch nehmen wir jetzt ein. Die vollkommen voll ist mit dunkler Bruchhut. Ha. Wappelt. So, dann setzen wir da einen Sturm hin. Gut umgeworfen. Digga. Äh. So. Ich wollte es nicht haben, weil ich den Wilde bin. Ich bin jetzt von Karno. Der hier auch nicht praktisch. So. Ah, Lirium-Trank. 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 Ausdauertrank. Na, das gefällt mir. Lirium-Trank, Geld. Beinahe interessant. Ein riesengroßer, komischer Stein. Eine Kiste. Brauchen wir sie? Vielleicht kann sie, ich hoffe. Okay, müssen wir noch scannen. Ja, stimmt. Wenn das runterfällt, dann kannst du noch ausüben. Also, so eine Höhle würde ich gerne auch bei Minecraft-Lpt bauen. Ahem. Nein. Also, ja, ich würde gerne, aber... Nein, den Teufel werde ich. Oh. Wenn es mir möglich ist, sieh zu. So, das meiste hätten wir ja schon wieder tot. Okay, der Rest ist im Sturm gestorben. Ach, das ist voll gut. Das ist voll praktisch. Oh, alte Stiefel. Kann man bestimmt reparieren lassen. Nehmen wir einfach mit. Das mache ich. Mächtiger Ausdauertrank. Bääds. So, weiter einmal durch unseren kleinen eigenen Sturm laufen. Nur Gold, Säurefläschchen. Gold. Also Geld. Monitas Moni Knete Na, was haben wir da? Die dunkle Brut hat uns erwartet. Sie hat die alten Verteidigungsanlagen des Teigs gegen uns eingesetzt. Wir müssen aus den Fehlern der Legion lernen und uns vom Haupttor fernhalten. Ein Angriff von hinten könnte uns einen Vorteil verschaffen. Die meisten der alten Zwergenfestungen hatten versteckte Nebeneingänge und ich wette, das ist hier nicht anders. Wir müssen sie nur finden. Nur finden, sagt sie. Nur, als ob das so. Gar nichts mehr. Ist vollkommen egal, macht sie tot. Na, guck mal deinen Taktik, finde. Streitköln der dunkle Brut braucht keiner. Codex Eintrag. Dieser besagt. Die sind schlimmer als Soga und alles andere. Man soll sie unbedingt vergrätschen. Man kann nur so Schaden anhaben. Ja, das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Gut, wir sollen einen Nebenein entziehen. Das sieht doch schon mal so ein bisschen aus wie ein Tor. Hier haben wir eine Vase. Gut. Da ist es nicht. Hier ist auch nichts. War doch klar. Ziemlich nützlich, wenn man sich wegschleichen will, ohne dass die Frau etwas davon mitbekommt. Ja, genau, genau darum geht es. Um von seiner Frau zu flüchten. Nur deswegen sind die... Äh, nein. Wieder falsch. Eugrin hat einfach keinen guten Lauf heute in der Aufnahme. Ach ja. Ja, dann schauen wir mal, was hier passiert, außer noch mehr so gut. Ah cool, sie haben Steingolam. Also das meiste ist so weggestammt. Also ich finde das gut. Das macht mir meine Arbeit leichter. Ich stelle mich mal hier so hin. Ja, wir sollten hier einfach weggehen. Das ist definitiv gesünder. So, was haben wir denn hier? Was gibt es denn hinter der Türe? Hinter der Türe? Ach so, das ist... Ihr habt einen Gang gewesen. Hä? Einfach da sind die gestorben? Gegen die paar? Hm. Okay, hier waren ein paar Fallen immer. Aber sonst... Ich hab den Gang da gar nicht gesehen. Eugrin. Ein guter Kontrollstab. Wuhu. Shale. Allerliebste Shale. Oh. Oh, Orgrin. Mit eurem Atem könnte man ein Feuer entfachen. Siegefeuer, das ihr bei mir entfachen könntet, ihr entzücken müsst. Gibt es eigentlich... Kann ich nicht trinken? Ach, mach euch darüber mal. Danke. Oh. Das ist wichtig. Das Orgrin. Oh. Die zwei haben sich lieb. Also Ogren und die kleine andere Zwerge Wir laufen einfach mal weiter Sie haben euch achtlos beiseite geschoben wie Staub Doch nun seid ihr die einzigen, die zwischen ihnen und der dunklen Brut stehen, die unser Reich bedroht Zeigt ihnen, welchen Wert ihr besitzt Zeigt ihnen, dass ihr Krieger sein könnt Lasst den Stein selbst unter dem Donner unserer Schritte erweben Keine von denen reagiert Kämpft Ja, das ist die andere Zwergenstadt, die es noch gibt Hier ist halt das Ständeviertel, da war die Vorkammer Funktioniert halt nicht so ganz Sie sind fort! Sie sind alle fort! Sie haben den Teig verlassen! Dann trachte das als erledigt Ein Brustpanzer Noch ein paar von denen Hopp Haube, dort draußen können wir nicht überleben Hier drin überleben wir auch nicht Ja, da hat er für Recht Ach komm schon! Ach komm schon! Ach komm schon! Das mach ich! Ja, der Teig verlassen, müssen weg Kokos, pokos, mokokos E-Lens-Förtel 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 Hier kämpfen sie alle, hier haben wir noch ein paar Schriftrollen, einen Schwerkraftfaller. Das war der falsche Knopf. Ja, egal. Ich würde sagen, tot ist tot. So. Dann laufen wir hier wieder raus. Du kannst mich doch nicht hier zurücklassen. Diese Waffen stammen um den Hafenkommentar hier wohl. Ich rufe nach Freiwilligen, die wir im Kampf sterben wollen als aufgeben. Diese Bastarde haben uns zurückgelassen, und er will, dass wir kämpfen, um ihn den Rücken für ihre Flucht frei zu halten? Lüge im Sand. Grupp gemeint, ne? Explosive Zeiten. Ja, dabei, aber sehr effektiv. Sturm. Schauberbar. Schauber. Und das letzte, der Schneesturm. Wuuu. Macht einen Supersturm. Ja, eigentlich bräuchte ich den Feuerzauber auch noch, aber das kommt noch. Streit Axe braucht keiner, das braucht keiner. Lüge im Ring ist ein Geschenk, das nehmen wir mit. Da ist nix drin, also weiter. Ah, das ist die andere Seite vom Ständeviertel. Das heißt, wir müssen irgendwie nach unten, das können wir mit unserem Charakter ja. Da oben sind noch ein paar, aber die sollten nicht so das Problem sein. Auf jeden Fall erobern wir grad die Stadt zurück. Und das recht einfach im Easy Going. Wir rasen hier einfach nur so durch, so Pam. Achja, die Ladiscuits sind echt lange. Ja, ich weiß, dass das nächste ein Reich der Träume ist. Greift an! Sofort! Der Verlorene gehört mir! Manchmal erinnert ihr mich an Branka. Ich erinnere euch an eure frühere Frau, die auf der Suche nach einem magischen Amboss ihr gesamtes Haus an die dunkle Brut verfüttert hat? Ja! Ähm, nein! Nicht wenn ihr es so ausdrückt! Beruhigt euch, Ogryn, ganz ruhig! Ach, ist die gemein, ist das toll! Ist lustig mit anzusehen. Freude mit anzuhören. Das ist definitiv auch mal lustig. Ogryn, was kann man denn bei dir wieder machen? Ähm... Man sollte doch mal ganz süß gehen... Dann... Von hier aus! Schreien von hier hoch! So, es ist eingefroren! Fertig! Hä? Ich habe da so eine Vermutung. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie... Wir gehen da jetzt ran. Wir nehmen ein bisschen was mit. Und die Golems wachen auf. Also das war jetzt doch ein bisschen mehr als vorher sogar, oder? Minus... Zwei... Drei... Aber ich hatte einen Kontrollstab! Hallo! Die hätten mich doch gar nicht angreifen dürfen! Voll gemein! Äh... Einfallende... Haben noch... Gut! Dann laufen wir den anderen... Der dunkle Brot einfach mal hinterher. Der dunkle Brot ist mit einem Myrion umgegangen. Diese Menge könnte meine ganze Armhäe umbringen. Na gut! Wie wäre es, wenn wir meine ganze Armhäe umbringen? Ah, jetzt machen wir wieder einen Sturm. Es fühlen nicht viele zu treffen. Die ansonsten halt auch einfach schlumpfen außerhalb der Reichweite werden. Ähm... Und wie... Fffern soll das Beste sein, wenn ich weggucke? Ach, versteh das mal einer. So... Hup! Widerstanden. und blödsbäaag eine große portion schmerz ich glaube die möchte so eigentlich erstmal niemand so fangen wir mal an es hält hier langsam keiner mehr aus hier ohne die tränke so ich bin okren so den pusten wir jetzt mit ihm in den storm schön dass rüber kommt der schnee storm und spätestens jetzt sollten wir eigentlich alle tot haben kann gar nicht so lange dauern ein eisen vorkommen wir brauchen doch aber kein eisen wir haben noch pyrillium das mache ich heute bin ganz gewissermaßen wenn man die zerschmelzen würde das würde bestimmt auch elendig viele geben gehen wir mal auf die andere seite von diesem riesengroßen kessel betrachtet das als erledigt oh lyrium so